Ja, und bevor die Folge anfängt, logge ich mich erstmal ein. Also, E-Mail, traktorlover82 at mofagang.de, Passwort 123, wie, Passworts kurz. Ah, stimmt, ich habe jetzt ein anderes, Dreckstep69. Was? Auch nicht. Ah, Moment, Leomarscher1337. Was? Das heißt nicht Leomarscher? Ja, das gibt's ja nicht, Greizhackelzifix, Greizhackelzifix. Richtig, kleiner Haider, Greizhackelzifix. Aber mit Dashlane passiert dir das nicht mehr. Da hast du nämlich all deine Passwörter sowohl auf dem Handy als auch auf dem PC auf einen Blick. Kannst deine bisher verwendeten Passwörter direkt aus deinem Browser ins Programm importieren oder dir auch völlige neue Passwörter generieren lassen. Daneben gibt's auch noch eine Autovervollständigung, ein eigenes VPN-System und die Möglichkeit, wichtige E-Mail-Adressen zu hinterlegen, um sofort Sicherheitswarnungen zu bekommen, wenn das eigene Konto gehackt wird oder wenn wichtige Daten irgendwo auftauchen, wo wichtige Daten eigentlich nicht auftauchen sollten. Also zum Beispiel auf der Alt-Igel-Obsheimer-Hacker-Börse oder so ähnlich. Ich probiere Dashlane ja gerade selbst aus und wer ebenfalls Bock hat, kann das unter www.dashlane.com slash derhaider machen. Da gibt's nämlich die Premium-Version für 30 Tage zur kostenlosen Nutzung. Und wenn ihr danach noch Bock drauf habt, weiter wie ein Oberpfälzer Süßwasserotter sanft durchs Internet zu gleiten, dann bekommt ihr mit dem Code derhaider 10% Rabatt. Viel Spaß damit und jetzt weiter mit der Folge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo, servus und herzlich willkommen zu der Clang-Gun-Show. Als Dargast heute, ich, der Haider. Falscher Kanal. Scheiße. Seit wann? Seit du mich aufgekauft hast. Yes! Boah, wäre das ein geiles Konzept, einfach Kanäle aufzukaufen. Merk dir das unbedingt für Brain Pain, den Podcast. Wow, haben wir jetzt einen guten Übergang geschaffen. Wow, tatsächlich nicht geplant, ne? Merk dir das? Und der Übergang ist auch gut, denn erstmal wollten wir kurz vielen, vielen, vielen lieben Dank an euch sagen, dass ihr so fleißig reingehört habt in unsere ersten zwei Folgen. Gibt's jetzt übrigens auch auf iTunes, also wir den natürlich vom Brain Pain Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und es gab natürlich auch einige Kommentare drunter, die gesagt haben, ja, Podcast schön und gut, aber wollen ja trotzdem eure Fressen noch irgendwo sehen. Hackfressen. Hackfressen, genau. Und ich hab dann auch drunter kommentiert, als angepinnen Kommentar, aber den hat scheinbar auch nicht jeder gelesen, dass wir natürlich auch noch Videos miteinander machen. Wir werden halt jetzt nur noch das klassische Brain Pain, wie wir es vorher hatten, weil dafür haben wir einfach jetzt, meiner Meinung nach, eine wesentlich coole Plattform und auch mehr Zeit, uns da beim Podcast über Gott und die Welt zu unterhalten. Also wie gesagt, hört gerne rein, ist nicht nur YouTube oder so, sondern wirklich jeder Scheiß, der uns in den Sinn kommt. Und deswegen machen wir hier auf jeden Fall noch, also bei Timon wird's auf jeden Fall noch, ich würde jetzt mal Carpool-Karaoke sagen, PowerPoint. PowerPoint, genau. Mit Stargästen und so weiter. Ich bin auch dabei. Stargästen. David Hessemer wahrscheinlich. Wow, Stars wie der Haider. Michael Schumacher, der wird verlieren in der Folge. Jetzt hab ich ihn erwischt. Nach all den Jahren, ich hab ihn nie so lachen gehört. Wie cool. Oh, stark. Oh, war der stark. Schade. Ja. Ja, aber gewonnen mal wieder. Ja. Ja, genau. Ja, schade Michi, aber ich hab gewonnen. Dann noch so Knuffen in die Seite, er fällt so, ach komm. Ja, wollen wir nicht einfach mal anfangen, bevor wir uns noch hier... Wir wollen anfangen. Was wir damit sagen wollen, bei mir gibt's immer natürlich noch sowas wie Fuck, Marry, Kill in unseren besonderen Varianten und wenn uns irgendein anderer Scheiß einfällt jederzeit. Also nicht, dass ihr denkt, dass es da gar nichts mehr gibt. Ihr seht es ja. So, wir fangen an. Lieber Klängern, hast du bitte drei Leute und drei Gegebenheiten für mich, damit ich mich entscheiden Ja, namentlich habe ich mich sehr schön orientiert an Schwiegertochter gesucht und Bauer sucht Frau. Also, Julienko, Julien Bam, Julien's Blog. Möchte ich wissen von dir, wen würdest du leidenschaftlich küssen, als Großmutter für dich adoptieren und ein Partner-Tattoo-Gesichtstattoo machen, also dass ihr beide genau das gleiche habt. Oh. Ja. Tatsächlich ist es doch klarer für mich in dem Moment aus irgendeinem Grund, als ich gedacht habe. Leidenschaftlich küssen würde ich Julien Bam. Okay. Du stehst auf Asiaten. Überhaupt nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich auf männliche Asiaten stehe. Du weißt es noch nicht. Vielleicht erst, nachdem ich Julien Bam geküsst habe, dann, als ich meine ganze Welt auf den Kopf stellen wie bei einem Headspin. Ich glaube einfach, das ist schon so einer, der kann doch auch zärtlich sein. Gut, ich wollte gerade sagen, der hat zärtliche Lippen. Das ist ja was, was ich bei Julien Bam immer bewundert habe. Es ist scheißegal, wie aufwendig irgendwelche Videos sind, aber habt ihr euch schon mal diese Lippen angeschaut? Ah. Oh la la. Das ist einfach wie ein gutes Steak. Okay, dann würde ich mit Julien's Blog ein Partner Gesichtstattoo machen. Einfach weil, ich glaube, das wäre irgendwie cool. Ich weiß nicht, verdummt. Ich habe jetzt irgendwo im Sinn, das wäre cool. Das wird wahrscheinlich vollständig ausatmen. Voll. Aber ich meine, er muss sich ja auch den Scheiß dann ins Gesicht tätowieren. Das heißt... Aber ich glaube, dem ist das auch einfach egal, was dann dabei rumkommt. Und wenn es so eine Katze ist einfach. Ich kann das alles erklären. Oder Sterne. Ja, so ein bisschen den Pablo, Miguel Pablo machen. Ja, vielleicht. Also ich würde es auf jeden Fall mit ihm machen. Ich glaube, das wäre zumindest witzig. Ja. Und tatsächlich fände ich es richtig geil, Julienko... Wenn Julienko deine Großmutter wird. Ja. Und zwar wirklich in so einem Großmütterchen. Also meine Oma hatte immer so ein... So ein Kittel. Ja, ja. So ein Kittel. Und dann dazu Julienko mit so einer grauen Perücke und so einer Brille und nachmittags Kreuzworträtsel lösen. Und Kinder, es ist Sonntag, wir fahren wieder zu Oma Julienko. Das fände ich schon geil. Ich glaube, dass der schon eine gute Oma wäre. Denkst du, der wäre auch einer, der hätte dann diese Metalldosen, wo alle denken, hoffentlich sind Kekse drin und es ist wieder nur Nähzeug drin? Ob ich das denke oder ob ich mir ganz sicher bin? Bist du dir ganz sicher? Ich bin mir auch ganz sicher und ich bin mir auch sicher, dass Oma Julienko immer vergisst, den Kittel zuzumachen, wenn er drunter lacht. Ah, geil. Er wird immer so ein bisschen was draufstehen. Und dann so, Oma Julienko, der Pimmel weht schon wieder im Wind. Das weiß ich doch. Ach ja. Und dann stört es irgendwann nicht mehr und dann pupst er. Das ist schon so, das Gulasch schmeckt heute anders. Oh ja. Das ist schön braun. Auf jeden Fall. Gut. Ja, ich kann es mir lieber vorstellen. Ja, okay. Okay. Dann jetzt halt dich fest. Denn ich frage dich, lieber Klängern. Mit wem würdest du lieber Area 51 stürmen? Im Naruto-Lauf. Definitiv. Im Heißluftballon in 80 Tagen um die Welt fliegen. Oder aus jemandem, von den gleich genannten, aus der Kanone schießen. Aber ohne Netz. Ohne Auffangnetz. Wie? Mit der Person zusammen? Ne, du schießt die Person raus. Ach so, okay. Ja, du schießt die Person raus. Es gibt kein Auffangnetz. Sagen wir, es ist ein offenes Feld. Die Überlebenschancen sind 50-50. Das ist ordentlich. Wir haben zur Auswahl. Das ist ein gutes Feld. Ja. Wir haben zur Auswahl. David Hine. A.K.A. Behind. Mr. Morgame. Ja. Oder saftiges Gnu. Ja, das ist gemein. Aber allein, weil ich ihn einmal fliegen sehen möchte, würde ich Mr. Morgame als Kanonenkugel. Vielleicht kann das ja auch eine Attraktion werden. Vielleicht, wir können ihn noch anmalen dunkel. Und dann sieht er so, weißt du? Okay. Wird da jetzt noch eine Rassistennummer drauf? Nee, ich habe auch gemerkt, als ich das gesagt habe, dass es eine ganz falsche Nummer geht. Also man kann ihn ja vielleicht als Kanonenkugel verkleiden. Und den würde ich gerne übers Feld fliegen sehen. David wäre eigentlich was für Area 51, aber ich glaube, ich würde eher am ehesten mit ihm 80 Tage auskommen. Echt? Wobei... Also, kurz, ich meine, das hat jetzt so gemein angehört, aber... Das könnte auch ein bisschen anstrengend werden irgendwann. Nee, ich glaube, ich nehme... Ich glaube, er kann noch nicht so schnell rennen. Ich hoffe, dass saftiges Gnu sehr schnell rennen kann. Und wir dann vielleicht nicht von den Soldaten erschossen werden, sondern bis zum Eingangstor kommen. Bei Area 51. Und dann können wir ja mit unserem Raumschiff wegfliegen. Das wäre meine hadernde Liste. Aber Mr. Morgan, auf jeden Fall als Kanonenkugel. Ich werde jetzt auch nie nachfragen, warum aus irgendwelchen Gründen du denkst, dass David Hain nicht schnell laufen kann. Ich meine, der ist riesig. Ja, aber ist der sportlich? Ist der sportlich? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Weitaus sportlicher, ja. Ja? Ja, okay. Ja. Ja, ja, dann auf jeden Fall so. Also mein Ziel ist es, ein Raumschiff... Vielleicht kann ich ja dann im Raumschiff 80 Tage um die Welt. Nee, 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 hier. Keine Kompromisse. Du fliegst im Ballon mit David Hain, das du mir meinst irgendwo. Und dann kommt noch Mr. Morgan mit aufs... Nee, nee, nee. Also deine Entscheidung ist gefallen. Ja, ja, okay. Wie ist fair? Nee, ich... Ist okay. Also. Dann halte ich jetzt fest. Jetzt kommt nämlich meine Erotikrunde. Ich dachte, ich bin jetzt dran. Ach so, scheiße, stimmt. Hallo? Okay. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht übergehen. Danke. Nee, ist okay. So, also. Drei Szenarien. Eine Schlagergruppe gründen und dann auch sehr erfolgreich sein und auf Tournee gehen und... Nee, nicht ganz so erfolgreich. Ist schon ein bisschen peinlich auch. Ist auch nicht so... Ihr zockt zu Dorffeste und... Oh, okay. Ihr kommt so gerade über die Runde. Ja. Okay. Dem Mount Everest besteigen und auf Klassenfahrt fahren mit dem gesamten Cast von Krass Klassenfahrt, Katja Krasawitze und Standardskill. Holy Moly. Okay. Ja, ja. Okay, ich würde eine Schlagergruppe mit Katja Krasawitze gründen. Okay. Weil wir da so ein bisschen... Also es ist zwar nur Dorffeste, aber ich glaube trotzdem, dass die Leute, weißt du, so ein bisschen so die Aufgespritzte, die wird dich dann so ein bisschen schick machen. Mhm. Und ich glaube, dass wir dadurch vielleicht wenigstens so ein bisschen Geld auf die Bühne flattert und wir dadurch wenigstens so ein bisschen besser über die Runden kommen. Ja, es würde auch, glaube ich, von dir dann sehr ablenken. Dann ist ja auch egal, wenn du da ein bisschen schlechter performst. Du, ich muss ja gar nicht performen eigentlich, ich kann ja dann auch irgendwann Manager werden. Also vielleicht habe ich auch die Chance. Nee, 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 nee. Nee, 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 okay, sorry. Auch hier keine Kompromisse, aber ich würde es versuchen. Also ich würde sie halt schaulaufen lassen quasi und würde halt ab und zu so dieses, keine Ahnung, was man da so singt. Ja, ja. In den Hochverleberkäse. Und deswegen, also ja, Katja Krasawitze als Mitglied meiner Wahnsinns Schlagerband. Mit Standardskill würde ich auf Klassenfahrt fahren. Ja, mit Tuscheln und so abends im Doppelbett, äh, im Stockbett. Ich kenne ja den leider gar nicht so gut, nur durch diesen einen Song, wenn man den Song nennen kann und durch seine Werbung für irgendein Clash of Clans Dingy oder so, weil das einfach bei mir ständig vor den Sachen lief oder läuft. Warum nicht, warum nicht ihn nicht auf einer guten Klassenfahrt in einem Stockbett kennenlernen? Ja, schön. Da bist du mein Mann, Mann. Und ganz wichtig, mit der gesamten Crew von Klassenfahrt auf dem Mount Everest bestehen, weil ich mir sicher bin, dass viele von uns sterben werden und damit meine ich nicht, dass ich den Leuten den Tod wünsche, Gott bewahrte, aber ich habe mehr zu fressen. Ah, okay. Du wärst auch so einer, du würdest die anderen auch einfach eiskalt aufessen, wenn kein Essen mehr da ist, ne? Du, wir haben ja schon in der letzten Folge, habe ich ja auch gesagt, es gibt, äh, was war ein Exel, auf der Insel ist mehr dran, auf der Insel. Ich wäre ja wahnsinnig, wenn ich mir da nicht einen guten Exelberaten mache. Ja, eben. Am Lagerfeuer. Und da würde ich sagen, ja. Ja, außerdem finde ich die Vorstellung von Jonas Ems mit Erfrierungen dritten Grades an der Nase irgendwie wahnsinnig witzig. Ja, aber ich habe den irgendwie im Kopf immer mit so einer richtig dicken Daunenjacke abgespeichert. Der hat wahrscheinlich so ganz teure Thermosachen, die dann auch wieder so halten. Ja, definitiv. Dass da dann nichts passiert, meinst du, ne? Das meinst du. Und das wird auch so sein und der wird auch so kommen. Aber rate mal, wer ihm am ersten Abend schon die Jacke klaut. Beziehungsweise natürlich nicht einfach klaut, ne? Weil ich kann die ja nicht anziehen, weil dann wäre Jonas ja auch... Ich stelle es mir gerade vor, so, ah, seht her, meine neue Jacke. Ja, oder die ist halt dann, die ist halt dann irgendwie über Nacht durch den Wind in eine Felsspalte gerollt. Ah, ärgerlich. Und der Ems muss halt im Muskelshirt rumrennen. Würde er auch machen. Ja, definitiv. Und dann ist aber vorbei mit dem Ganzen. Ich und meine Freundin beantworten Sexfragen, wenn dir der Schwanz abfriert, Jonas. So nämlich. Meine Freundin und ich beantworten Therapiefragen, weil wir... Ach, egal. Ja, meine Freundin und ich beantworten Fragen, wie es uns geht, nachdem mir die Nase abgefallen ist auf dem Mount Everest. So, wie das ist, sagst du jetzt, weil ich werde schon wieder sauer. Kann ich jetzt? Ja. Also jetzt, pass auf, jetzt kommt meine Erotikrunde. Jetzt kommt sie wirklich. Mit wem möchtest du eher einen Sexshop eröffnen, ein erotisches, aber auch schmerzhaftes Stammesritual durchgeführt bekommen? Sobald an deinem Leib als auch beim anderen. Das darfst du jetzt selber überlegen, wie das genau sein würde. Ich bin auch am Überlegen, ob das vielleicht so eine Feuerameisen in die Handreiter Nummer wird. Oder Thai-Massage von jemandem bekommen mit Happy End. Ist Happy End... All the way, baby. Ich versuche, ist es oral oder eher... Wird eher der Handpanzer gefahren? Der Handpanzer. Okay, alles klar. Nenne ich sogar die Füße, während die auf dir rumtrampeln. Du gehst zu sehr komischen Massagen, aber okay. Pass nur auf, bis ich dir mein erotisches, aber schmerzhaftes Stammesritual genauer hörte. Auf jeden Fall steht zur Auswahl, mir relativ egal, Gurkensohn oder Roberto Bublé, Rob Bubble. Ah, okay, ich war bei... Es gibt doch diesen anderen... Michael Bublé, okay. Ja, ich weiß, das hatte mir jetzt schon, deswegen habe ich es nicht als einfach gesagt. Okay, okay. Okay, ähm... Ich glaube... Ich fange mal Harmos an. Ich glaube, Mirella hat einen sehr guten Geschäftssinn, was das angeht. Ich glaube, sie hat einen Sinn dafür, auch die weibliche Kundschaft anzusprechen. Mit ihr würde ich auf jeden Fall das Geschäft leiten. Ich würde mir das nicht alleine zutrauen und ich glaube, sie würde da ganz gut im Vermarktungsbereich tätig sein. Glaubst du, dass sie dann auch so eine Instagram-Werbung machen wird, wo sie so ganz normal, also Mirella-mäßig so in die Kamera redet, so ein bisschen überdreht mit ihrer sehr eigenen Stimme und irgendwas Lustiges erzählt über den Sexshop und die Kamera zoomt so raus, bis man am Schluss mitkriegt, dass sie untenrum nackt ist und so einen riesigen Dildo... Entschuldigung, auf jeden Fall, weiter. Warum hast du eigentlich noch keine Marketingagentur gegründet? Ich verstehe es nicht. Ich sage dir, wenn mich irgendjemand mal nehmen würde, ey... Aber irgendwie setzt keiner deiner Ideen um, merkwürdig. Ne, das kommt aber noch, glaub mir. Das ist wie eine gute Nagelbettentzündung, die wirkt länger. Ah, schön. Können wir mal ein Pitch, die Idee. Auch die mit dem Nagelbett. Okay, dann würde ich, glaube, ich glaube, Rob Bubble ist ein zarter. Ich glaube, mit dem würde ich tatsächlich die Teilmasse... Ich glaube, der kann auch gut massieren. Ich mache die Augen zu, ich werde einfach genießen. Und dann ist er auch egal, wenn sein Bart ein bisschen kratzt. Ich glaube, der kann auch gut massieren, ist das schönste Satz ever. Sagst du ihm den auch mal irgendwann? Ey, ich hoffe, der schreibt das, der sieht das und schreibt das in seine, weiß ich nicht, Instagram-Biografie oder in seinen Lebenslauf oder so. Liebes Tagebuch heute. Wenn er mal ein Buch schreibt, kann er es hinten drauf. Kann er auch ganz gut massieren. Das stimmt. Kann auch ganz gut... Zart. Das heißt, du nimmst an der erotischen, aber auch schmerzhaften Stammesrituale mit Gurken so einen Teil, was ich mir tatsächlich voll gut vorstellen kann. Ich wollte gerade sagen, der ist... Also, ich glaube, den hättest du auch eins zu eins aus so einem Stamm einfach rausnehmen können und ja. Grün angeschmiert in so einem Basterdöckchen, während ihm die Feuerameisen sonst wohin kriechen. Geil. Darf man sich sagen, finde ich, bin ich voll bei dir. Und ziehen wir uns auch gegenseitig am Zipfel oder so. Keine Ahnung, was da gemacht wird. Weiß ich nicht. Ich kann mir bis zur nächsten Folge, wenn ich nochmal eine ähnliche Frage stellen würde, werde ich es mir im Detail überlegen, was genau passiert. Ja, bitte, bitte, bitte. Ich möchte auch so ein Storyboard sehen, wo du schon mal so ein bisschen grafisch dargestellt hast, was alles passieren wird. Und du wirst es bekommen. Es war wieder wunderschön. Dankeschön, Timon. Und jetzt dürft ihr mir gerne einen Gefallen tun. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir in die Kommentare einfach auch drei Namen und drei Geschehnisse, die wir zusammen mit den Leuten erleben sollen, wollen, was auch immer. Mal, weil das würde nicht schaden, wenn ihr Bock drauf habt, machen wir da ab und zu mal eine Folge draus. Hätte ich Bock drauf. Hättest du auch Bock, Timon? Ja, ich hätte schon Bock, ja. Doch. Das hört sich gut. Das hört sich vor allem, da ist wirklich Wille und Motivation dahin. Ja. Ja. Das brauchen wir doch so. Und jetzt, die Gurken so und zack, drauf auf den Zipfel. Also, dann macht es gut. Bis bald. Dankeschön, Timon. Ist mal man fest. Gerne, gerne. Weil dann sage ich eigentlich heute nur Timon statt Klängern. Ist okay. Nein, ist okay. Das war ein neuer Name. Das ist auch so ein bisschen sich selbst emanzipieren, erwachsen werden. Hey, wir schreiben den jetzt auch mal an. Ich bin richtig, ich bin ganz gamsig geworden, ey. Ob der wirklich so gut passieren kann? Wir werden es irgendwann rausfinden. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Form wir das machen. Aber wir werden ihn besuchen mit der Kamera, Timon und ich. Und dann, schauen wir mal. Ich würde das wirklich machen. Ey, ich werde es so gut. Stell dir mal vor, du hättest wirklich so, wir machen so einen Vlog und du dir das Ganze mal. Und ich komme halt dann und frage ihn halt, wie es eigentlich ist, ob er wirklich so zarte Hände beim Massieren hat. Weil wir gerade wegen so Thai-Massage und so überlegen und Happy End. Ich weiß nicht, wie er reagiert. Es wäre zart, definitiv. Ja, ja. Wie seine Hände. So, das ist, ich weiß nicht, warum eigentlich so viel, ich kann dir jetzt schon wieder sagen, wie oft in den Kommentaren drinsteht. Seid ihr eigentlich wirklich schwul? Ja. Jetzt, jetzt hast du dir, okay, ich sag gar nichts. So, ich wünsche euch was. Dir auch, Timon. War es gut? Tschüss. Tschüss. Tschüss.